Ho, ho, ho! Fröhlich Nikolaus! Und wir öffnen Türchen Nummer 6 im diesjährigen Faulenzkalender. Ich habe ja gesagt, ich habe geguckt, dass ich nicht Sachen, die vergriffen sind, anderen Leuten, die sowas zu Weihnachten wollen, kaufen, verschenken wollen, nicht streitig mache. Das fiel mir diesmal jetzt nicht ganz so leicht schrägstrich schwer, denn heute ist ein Redmi Note 10 Pro drin. Eins meiner absoluten Preis-Leistungsgeräte dieses Jahr im unteren Segment. Einziger fetter Nachteil, es ist groß und fett eigentlich. Das ist ein großes Smartphone. Das ist so, aber dafür, was es hat, es ist ein absolut, für den Preis ist das ein Megateil. Jetzt kommt es aber, auch das Redmi Note 10 Pro ist schwer zu bekommen gewesen. Ich habe das hier aber schon länger. So, es ist sogar was, dass bei Xiaomi, die piept auf die UVPs, aber selbst Xiaomi hat die am Anfang, Startpreis ist ja geil, gab es ganz normal für 229 in der Basisversion. Die wurde inzwischen sogar teurer gemacht von denen. Also überhaupt in letzter Zeit, was in den letzten Wochen auf dem Smartphone-Markt los ist, wo es dann auch viele Geräte einfach nicht mehr zu gibt, schwer zu kaufen gibt. Das ist noch nicht auf dem Level PS5 oder sowas, was wir jetzt über einem Jahr haben. Oder Switch OLED. Wobei, die Franzosen kommen da deutlich einfacher. Das ist ein anderes Thema. Also wie gesagt, das wollt ihr gar nicht hören, sondern heute ist einmal ein Xiaomi Redmi Note 10 Pro drin. In der Version mit 128 GB Speicher, 6 GB RAM und es ist leider die Farbe schwarz. Leider nicht dieses schöne, knallige Orange hier. Aber trotzdem, ne? Solides Gerät, großes Gerät, schönes Display. Also gerade in dieser Preiskarte, ein traumhaftes Display. Also, ne? Mit der Kamera, wenn man sich etwas Mühe gibt, ja, das sowieso. Und wer jetzt noch nicht aufgefallen ist, blaues Licht. Was macht es? Es leuchtet blau. Ich habe jetzt rausgefunden, wie ich die Kulisse ändere. Aber das ist heute sowieso das letzte Video, was ich aus diesem Schwall vorfertige. Vielleicht schaffe ich es ja dann nächste Woche schon, irgendwie es nochmal weihnachtlicher zu designen oder aufzustellen. Ich glaube nicht dran. Aber egal. Ihr wolltet ja sowieso nur hören. Das ist heute drin. Wie ihr dran kommt. Ich habe ein extra Erkleber-Video gemacht. Entweder da oder da. Unten in der Videobeschreibung steht auch nochmal was. Das verlinke ich es auch nochmal zu den Informationen, wie man daran teilnehmen kann. Wie man dran kommt. Und das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Euch allen noch einen fröhlichen Nikolaus. Schönen Start in die Woche. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.